Also bis jetzt habe ich das eindeutigste Punkturteil, so wie ich gehört habe. Ich weiß nicht mehr, was Abbas hatte. Alle Runden haben die für mich. Aber genau, einer hatte 119 zu 100 Runden, glaube ich. Ich glaube, bei einem habe ich eine Runde abgegeben. Bei zwei Stunden nur eine Runde abgegeben. Das war dein erster Kampf in einem super Beta-Gewicht. Wie viel warst du da mit deiner Leistung? Wie hast du dich gefühlt? Das war schon eine kleine Umstellung. Ich hätte nicht so groß erwartet, dass die Umstellung so hoch ist. Also dass man jetzt sagt, die zwei Kilo. Aber das ist schon ein bisschen ein anderes Tempo. Ich muss sagen, Krieger habe ich auch teilweise ein bisschen unterschätzt von der Schlaghärte. Ich habe gedacht, oh, wo ich gesehen habe, der springt rein. Aber man hat gesehen, er hat nur noch darauf spekuliert, wo er gesehen hat, der hat keine Chanceboxerisch. Da hat er gedacht, okay, ich mache das jetzt nur noch mit voller Gewalt. Und dann riskierst du auch. Das ist ja ganz klar. Er hat ja nichts zu verlieren gehabt. Aber ansonsten war ich zufrieden. Guter Kampf gemacht. Wichtig waren die Zuschauer, glaube ich, zufrieden. Auf jeden Fall. Merkt man diese zwei Kilo dann vielleicht auch in der Substanz? Wenn es dann in der 10 Runde geht? Das geht. Ich muss sagen, ich habe zwölf Runden eigentlich relativ gut durchgeboxt. Natürlich gab es ein, zwei Runden, wo ich gedacht habe, okay, ein bisschen sparen. Aber das ist ja normal. Und darauf baut man auf. Und die nächsten Kämpfe werden mit Sicherheit besser und mehr Power. Und ja, jetzt kann man darauf aufbauen. Du hast nach dem Kampf gesagt, Dennis Krieger hat einen sehr harten Kopf. Das ist eigentlich quasi fast unmöglich, in den Code zu haben. Ja, ja. Ab wann hast du das gemerkt? Ich habe schon so bei der zweite, dritte, vierte Runde, wo ich ihn zwei, dreimal so wirklich gut getroffen habe. Der hat auch so kurz geknickt. Aber hey, habe ich gesagt, ey, mein lieber Mann, der steckt schon was weg. Und da ist wirklich was dran. Also großen Respekt, der hat ein Herz. Der geht nicht. Also der sagt, auch wenn ich verliere, er boxt den Kampf durch. Und deswegen sehr großen Respekt. Kämpfer hat Dennis Krieger. In der Mitte des Kampfes kam er ein paar Mal stark dann wieder zurück. Ja, ja. Er hat versucht mit seinen Schwingern und Bam Bam. Da wollte er den Lucky Punch machen. Er hätte dich auch ein paar Mal erwischt? Ja. Die war seine Schlagkraft. Wie würdest du die so einschätzen? Schon. Also wenn ich direkt reinlaufe, kann es nicht sein, dass man mal knickt oder so. Aber du hast ja gesehen, ich habe die genommen und selber weitergemacht. Im Gegenteil. Ich habe gleich geantwortet. Das ist Boxen. Man nimmt was weg. Und ich glaube, wenn jeder wo zwölf Runden boxen, egal gegen wen, dann nimmt man ein, zwei Treffer weg. Und gehört dazu. Würdest du sagen, das war bislang der wichtigste Kampf deiner Karriere? Aber du hattest schon wichtige Kämpfe. Ich meine, dein Kampf gegen Ari Schwarz war damals? Aber nee, ich glaube, das war jetzt, um mein Zeichen zu setzen. Vor allem in der neuen Gewissklasse war das, denke ich, schon der wichtigste Kampf jetzt. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Jetzt hast du diesen Sieg gegen Dennis Krieger. Ja. Was hast du für Ziele jetzt? Wie gesagt, ich meine, für was machen wir das alles? Wir boxen, um die große Bühne zu haben. Mal das zu sehen im Ausland, England, Amerika. Das ist natürlich das größte Ziel. Und wie gesagt, jetzt alles andere. Jetzt den Kampf erst mal Revue passieren lassen. Den Kampf abhacken, darauf aufbauen. Und dann sehen wir, der Manager, der macht alles. Also, der macht die nächsten Kämpfe klar. Und ich boxe generell eigentlich gegen jeden. Der Manager macht, ich boxe. So läuft das bei uns. Eigentlich so das große Ziel. Oder immer eigentlich der große Weltkampf? Der große Weltkampf. Das ist ganz logisch. Nicht jeder, der boxe, sagt, ich mache nur Halle Halma. Oder will wegen, keine Ahnung, wegen was wir machen. Das ist eigentlich für die Katz. Wie gesagt, man will die große Bühne, den großen Kampf. Und darauf arbeiten wir hin. Natürlich ist es ein Prozess. Aber das ist Box. Wie lange machst du jetzt Pause? Bis du dann wieder ins Training einsteigst? Was heißt Pause? Ich bin ein Mensch. Ich brauche jeden Tag ein bisschen Bewegung. Ich werde natürlich runterfahren. Nur einen lockeren Lauf machen oder so. Vielleicht eventuell schon morgen einen lockeren Lauf. Und dann die Woche ganz spielerisch. Dann kannst du vielleicht ins Training gehen, wie man Lust hat. So eine Woche. Und dann steige ich schon wieder ins Training ein. Alles klar. Das war Ahmad Ali. Auf jeden Fall eine sehr tolle Performance heute. Danke schön. Bist sehr gut in ein super Weltkampfgewicht reingekommen. Danke schön. Ich wünsche dir alles Gute. Und dann bis zum nächsten Kampf auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke schön.